Der Wochenstart ist heute noch nicht perfekt gelaufen, wenn man mal auf die Indizes guckt. Der DAX hat gerade etwas, was vielleicht richtungsweisend für den Wochenanfang noch ein bisschen weiter fortgeführt wird, nämlich eine Bewegung im 5-Minuten-Chart. Ich will euch das beispielhaft zeigen. Vermutlich, bis ihr das Video seht, ist die Gelegenheit rum. Aber sie zeigt uns eigentlich, was typischerweise eigentlich gerne zu erwarten ist, nämlich die starke Abwärtsbewegung. Ich mache das mal groß hier im 5-Minuten-Chart, dass ihr das seht. Die letzte Bewegung von heute früh nach Börseneröffnung. Heute Nacht war ja wenigstens so ein bisschen die Tendenz nach oben. Aber Börseneröffnung hier heute Morgen, danach scharf runter. Jetzt aktuell hier die wackelige Hochbewegung und eben die Chance, dass der Kurs klassischerweise das Ganze nochmal mit einer Fortsetzung nach unten eben fortsetzt. Also aktuell, wenn ich mir das angucke, was wir heute seit Börseneröffnung hatten, ist das alles ganz klar ein negatives Bild. Das ist quasi zwar nach oben, aber in so einer korrektiven Form, dass ich da noch nicht so sehr von begeistert bin. Der DAX also aktuell zumindest mal noch nicht so wirklich in Topform für die Long-Seite. Das ist insofern spannend. Wir hatten ja steil runter, steil hoch vom Wochenende. Jetzt ist offensichtlich erst nochmal wieder die Abwärtsrichtung angesagt. Je nachdem, wie tief der Punkt jetzt hier ist. Eigentlich ja ungefähr gleiche Länge. Wenn das ungefähr stimmt, merkt euch beim DAX Future wohlgemerkt. ungefähr 13.900. Das kann ein bisschen höher, kann auch von mir ein bisschen tiefer liegen. Aber das mal so als grobe Orientierung, dass man weiß, vielleicht auch 13.920 irgendwie sowas in Richtung. Aber das wäre mal so eine klassische Zielrichtung für die Überlegung, die wir da jetzt anstehen haben. Das große Bild, das hatte ich am Wochenende ja besprochen, deshalb will ich da nicht nochmal drauf eingehen. Aber jetzt für den heutigen Nachmittag sicherlich erstmal die Tendenz beim DAX nach unten gerichtet. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie es bei den Indizes in Amerika geht. Da gehen wir auch auf den 5-Minuten-Chart. Und dann sehen wir, das ist noch längst nicht so pessimistisch da von der Einstellung. Hier ist der Wochenstart 0 Uhr sozusagen. Das ist das, was der Future-Markt, also vorbörslich Amerika, bisher hingekriegt hat. Es geht nach oben. Die Frage ist nur, ist das noch wirklich impulsiv oder ist es eher eine Korrektivgeschichte? Wir werden das sehen. Aber ich bin hier noch nicht so negativ drauf. Denn auch das hier, was wir sehen, guckt euch mal diese Bewegung an, das ist noch so halbwegs fünffällig. Ist zumindest mehr überlappungsfrei. Diese Gegenbewegungen sind überlappungsfrei. Also es wäre denkbar, dass wir hier zwar diese Aufwärtsbewegung hatten, hier mit der Pause zwischendrin. Und dass der Kurs, wenn er hier nur wackelig runterkommt, A, B, C, dieses typische Korrektivverhalten. Oder wir sehen es hier vorne nochmal. Hier seht ihr die starke Bewegung, die sehr wackelige Bewegung hier runter. Ich mache es nochmal weg, dann seht ihr es nackig. So, ja. Also wenn das hier im Laufe der nächsten Stunde auch noch so weiter runter geht, dann würde ich hier sogar eher die Long-Richtung nochmal vorläufig nehmen. Denn dieses Bild ist, was das angeht, wenigstens noch einigermaßen bullisch zu werden. Das, was ich hier sehe, von heute Morgen, 10 Uhr irgendwie, 10.40 Uhr, bis zu dem aktuellen Hoch, so gegen in der Mittagszeit, das ist nicht so pessimistisch anregend, wie das, was wir beim DAX gesehen haben. Der Dow, also in besserer Verfassung. Ich weiß, viele glauben, das ist immer das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, sonst könnte man sich ja auch den Index extra sparen, wenn es eh das Gleiche ist. Wir sehen, dass ja nicht mal die Amerikaner sich einig sind in der Bewegung häufig. Wenn man den Dow mal vergleicht mit dem Nasdaq, dann sieht man, dass es schon anders ist. Und wir sehen, dass zum Beispiel der S&P, der ist ja sehr stark auch Nasdaq-lastig. Den gucken wir uns zum Schluss dann nochmal an. Wenn ich hier die letzte Bewegung von gleicher Uhrzeit, das war hier beim Dow, das Tief, und wenn ich mir das angucke, das ist dreiwellig. Das wiederum sieht korrektiv aus. Also hier stehen wir nicht mal so toll da. Das lässt hier zwei Möglichkeiten sinnvoll zu, nämlich die eine Variante, die so aussieht. Und jetzt muss ich das dazu sagen, weil ich weiß, jetzt habe ich spätestens die Hälfte jetzt schon vergrault. Also es geht nämlich entweder hoch oder es geht runter. Ja, das klingt schon doof, wenn man das so sagt. Nein, aber man kann wirklich was daraus ableiten. Nämlich, wenn wir hier diese ABC-Kiste haben, ungefähr symmetrisch vorne wie hinten, der Markt hier durchgeht, dann ist es sehr realistisch, dass sich das nochmal anschließt. Also meine Aussage ist nicht so sehr, ich verspreche euch, das passiert. Aber wenn wir dieses Szenario haben und er hier bricht, ist das sehr realistisch. Das heißt, dieses Variante A mit steigenden Kursen bedingt, dass wir vorher nochmal dieses ABC runter, da sind wir jetzt ja gerade tapfer dran, ich mache das nochmal weg, dieses hier. Und dass wir dann durch diese Marke gehen und in Erwartungshaltung, dass wir das da hinten dran nochmal kriegen. Und da es vorne dreiwellig ist, hinten dran theoretisch eigentlich nochmal dreiwellig mit Zielrichtung hier. Wer es nicht sehen kann, eine ungefähre Trigger-Marke, das ist heute 14 Uhr in etwa, 3944 und die Zielmarke 3965 plus X. Das kann ja noch mehr sein, muss nicht exakt da aufhören, aber das wäre jetzt mal so eine grobe Idee, was ich mir vorstellen kann. Jetzt habe ich aber schon gesagt, das ist dreiwellig. Da habe ich dann häufig den Verdacht, dass wenn wir hier schon, das ist jetzt schlecht gezeichnet, weil wir hatten hier hinten ja auch nochmal so dieses Ende, wenn wir so steil schon runter sind, dass wir hier auch dieses Szenario nochmal bekommen. Und ich weiß, dass viele dann sagen, ja, also entweder es geht hier hoch oder da unten, das kann meine Oma auch, dafür brauche ich keinen Börsenprofi. Naja, der Unterschied ist nur, hoch ist dann für mich nur spielbar, wenn wir da drüber gehen. Und die Short-Seite wird immer dann spielbar sein, wenn wir wackelig nach oben gehen, dass ich sage, solange kann ich, solange wir dann diese Zwischenmarken hin eher nochmal von der Abwärtsseite ausgehen, als Fortsetzung der Schubrichtung. Und man hätte nochmal eine grobe Orientierung, auch hier nochmal diese Länge für die Abwärtsseite. Das heißt, man hätte so zumindest mal bis 3900 realistisch nochmal das. Und im Zweifelsfall könnt ihr auch nochmal da Fibonaccis mit hinzuziehen, nämlich nachdem wir doch hier relativ eine hoch, dann Pause. Nochmal eine hoch, Pause. Letzte, Fünffällig hoch, dann hätten wir eine A, B, C. Hier wird wieder neu entschieden, um die 3900. Ist keine Garantie, dass er da hält. Aber auf diesem Niveau wird neu entschieden, ob der Kurs dann sei, wir fallen durch oder wir drehen. Das heißt, solange wir unterhalb dieser Marke bleiben, ist das mein Lieblingsziel. Wenn wir da nochmal drüber triggern, dann wird mindestens mal das oder vielleicht auch direkt weiter nach oben. Also ihr könnt sehen, dass man an diesen, auch wenn man noch nicht weiß, ob das oder das passiert, an den Triggermarken ablesen kann. Okay, bis dahin bleibe ich vorrangig auf der Short-Seite oder auf der Long-Seite und so weiter. Also das ist an sich gar kein großes Hexenwerk. Schauen wir zum Abschluss nochmal den Nasdaq an. Und wer sich jetzt wundert, warum guckst du denn nicht mal auf die übergeordneten Bilder? Ich habe dazu gestern am Sonntag noch ein Video gemacht. Also das Übergeordnete will ich jetzt nicht nochmal mit euch durchgucken. Guckt euch das Video an. Ihr seht das bei mir im YouTube-Kanal. Ihr habt den Link vielleicht zugeschickt bekommen, je nachdem. Oder aber, ihr seht es auf Finanzmarktwelt.de, da habe ich dann eher den Blick drauf auf die Übergeordneten schon geworfen. So, auch hier sehen wir, und das ist sicherlich der Grund, warum der S&P auch so doof aussieht, das ist klar dreiwellig, also korrektiv. Also auch hier der Nasdaq eher wackelig hoch. Erst wenn wir hier hingehen, diese Hochmarke, 14 Uhr, ungefähr 11.955. Wenn wir die nach oben durchstoßen, dann erwarte ich das Plus X. Bleiben wir unterhalb, erwarte ich vorzüglich diese Levels hier. Das ist ungefähr bei 11.800, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer. Auch hier können wir Fibonacci nochmal zu Hilfe, das ist jetzt keine Garantie, aber dann sehen wir schon, es wäre ja auch von der Größe für die typischen Rücksetzer ganz passend. Dann hätten wir hier unser klassisches Bild A, B, C. und dann wird hier irgendwo neu entschieden, vielleicht auch bei 11.770, keine Ahnung, das ist jetzt ja nur eine grobe Skizze der Situation, damit wir die erfassen. Dann hätten wir eine Situation Schub hoch. Danach würde diese Marke, aber erst, wenn der Kurs hier unten war, als Triggermarke für weitere Aufwärtsseiten. Wenn er hier durchfällt, dann weiter Short, solange er halt immer wackelig nach oben geht, vorläufig weiter die Short-Seite. Also, damit seht ihr, die Märkte eigentlich eher auf der Abwärtsseite. Der einzige, der so ein bisschen da aus der Reihe tanzt, ist der Dow Jones, denn das sieht mir hier nicht so richtig korrektiv aus. Hat man zumindest mal den Eindruck, dass das vielleicht diese Fünfwelligkeit hat. Allerdings, wenn der jetzt auch hier durchgeht, das hier ist noch nicht unbedingt ein gutes Zeichen für einen Short. Also, weil, wenn wir hier ein 1, 2, 3, 4, 5, dann macht er eine A, B, C, dann triggern wir ja das auf jeden Fall. Wer jetzt hier Short geht, sagt sich, ja super, Schub hoch, A, B, C runter und die nächste Aufwärtsbewegung. Also, den Dow würde ich an der Stelle auf keinen Fall auf die Short-Seite schicken. Die anderen haben wir ja schon gesehen, da waren wir so lange noch auf der Short-Seite. Die Long-Seite argumentiert allerdings ungefähr gleich wie bei S&P und Nasdaq. So, jetzt haben wir die wichtigsten Indizes mal durch. Ich hoffe, dass es euch das ein bisschen eine Idee gibt, was ihr heute Nachmittag guckt, in welche Richtung ihr vorzüglich unterwegs seid, welchen von denen ihr hier den Vorzug gebt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr so oder so auf der richtigen Seite liegt. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Beitrag. Das war's Gute, bis zum nächsten Beitrag.